Nicht mal eine Sekunde hat es gedauert und es geht weiter mit einem grossen Leck. So, also dann schauen wir mal weiter. Wir werden ein bisschen ins Inland, weg vom Ozean gehen. Und dann haben wir eine schöne Gegend hoffentlich. Kein Eis bitte, kein Schnee, kein Sumpf, kein Ozean. Nichts mit was, ja ein Säber, sehr schön. Oder ein Fluss, bitte ein Fluss. Ein Vulkan, ja ein Vulkan, bitte. Irgendwo, Vulkan. Hier ist wieder ein schlechtes Biom. Mist, gehen wir lieber hier nach unten. Ja, hier ist auch ein schlechtes Biom. Hier ist ein Sumpf. Ach komm schon, Weiten haben wir schon. Ist das nicht die Mütze von German Let's Play? Ich will German Let's Play sein. So. German Let's Play. Oh, Zweierprozess. Das ist von Zelda, sollte eigentlich jetzt abgespielt werden. Machen wir halt die Musik hier noch ein bisschen lauter. Ähm, was nehmen, was legen wir raus? Ja, die. Hallo, darf ich jetzt das mitnehmen? Wasser Artischocken. Hallo. Dann nehmen wir doch die mit, legen aber etwas anderes weg für die Wasser Artischocken zusammen. So. Das ist ein Hut, den kann man... ähm, den kann wir mit G, mit H. Da, da, gne. Okay, jetzt bin ich German Let's Play. Oho. Sieht fast aus, wenn das ein Controller wäre. Wäre das genau so. Und noch ein gestreifter Pulli, auch rot, äh, auch blau und schwarz. Dann sind wir German Let's Play. Und es gibt sogar die Dimensions, die anderen Dimensionen. Ja, die sind alles so Stein und dann hat es ganz schwarze Blöcke und, ähm, ja, hat Luft. Und, ähm, Fallen, viele Fallen. Das ist weniger gut. Hier hat es einen Berg, gehen wir mal auf den Berg. Hier hat es aber auch ein bisschen Schnee ab, das ist wahrscheinlich nur, weil der Berg hoch genug ist für Schnee. Schauen wir mal nach oben. Ein Vogel. Ich will ein Vogel werden. Ich will fliegen. Ja, flieg nicht davon. Ja. Ja, lande. Lande. Und Crit. Crit. Wo ist der? Wo ist der Vogel? Ich will ein Vogel werden. Ich möchte ein Vogel sein. Ach komm. Ich will doch ein bisschen fliegen. Hallo? Bin ich jetzt? Kann ich jetzt ein Vogel sein? Nein, ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Okay, der nächste Vogel mit einem besten Schwert angreifen und dann ist er, da kann ich fliegen. Hoffentlich. Aber wahrscheinlich kann man nicht fliegen. Aber trotzdem will ein Flögelchen sein, ein bisschen necken. Andere Tiere necken, die können richtig nicht angreifen. So, hier oben hat's ein bisschen Schneebium. Schauen wir mal, wo denn das ist. Oh, ein grosser Elefant. Hier. Ein weißer Vogel. Der ist doch tot gewesen. Dann halt du. Wo bist der? Da. Der ist gefangen. Bird. Ist der jetzt tot? Ist der jetzt tot? So, jetzt. Ach, komm. So. Yeah. Jetzt will ich noch ein größerer Vogel sein. Ja, man kann nicht fliegen. Kann man mit Shift fliegen? Oh, man kann nicht fliegen. Und ein Leck. Ein grosser Leck. Ja, ist eigentlich wie ein Huhn. Greifen die an? Kann man an ein Triant sein? Ein Triant. Wie viel Leben habt ihr? 20 Leben. Die kann man nicht angreifen. Ah, jetzt kann man sie angreifen. Nein? Ja, dann halt nicht. Aber ein Löwe. Komm schon. Ein Löwe. Vogel gegen Löwe. Das hat auch irgendwas. Und wir sind hier irgendwo runtergefahren. Hm, Vogelasch. Er hat auch ab. Das gibt's doch nicht. Können die nicht angreifen, wenn wir im Ding sind. Ähm, im Peaceful-Modus. Ja, wo ist's? Hey, ich hab den getötet. Also kann ich mich nicht in ein Ding verwandeln. So geht das nicht. Aber in ein Tiger. Komm schon. Hä, wieso geht das nicht? Ah, jetzt. Das kann ich hier noch auswählen. Aber wie? Ach, komm schon. Schwarz. Da. Das ist normal. Wie kann man dann rüber? Ähm... Option. Option. Steuerung. Ähm... Morph. Wähler unter rprägt. Was ist rprägt? So, wenn wir jetzt hier... Das kann wieder. Nein, ich wähle links und rechts. Wie kann man jetzt... Oh Mann, oh. Die Störung von Morph ist wirklich katastrophal. Halten, Shift. Ah, jetzt. Ich wähle aber einen Tiger. So. Hallo, ich bin ein Tiger. Mit schlechter Textur. Aber ich bin ein Tiger. Yeah. Yeah, Bebe. Vogel in blau. Was gibt's hier drinnen? Ich wähle die rein mit dem Tiger. Der ist zu fett. Ach, scheiße. Ah, ich muss mich jetzt wieder umgewöhnen, dass ich jetzt die NumPet-Sachen mache. So. Aber jetzt noch so gut ein Brot. Hallo. Das ist der Aachenwitsch. Du wärst nicht die Kunst. Ah. Okay, das ist dann zum Kunst lernen, zum, naja, Token lernen oder so. Sehr schön. Hier haben wir einen Turm, den wollen wir aber noch nicht betreten. Hier geht's runter. Hier geht's runter. Ah, ja. Das ist dann wieder so ein Mega-Dingberg. Ähm, Mega-Dungeon. Okay, hier hat's alles, alle Schichten hat's hier, mit Schnee sogar. Diese Berg, wenn der Berg ein Vulkan ist, das wäre mal mega geil. Hier hat's sogar Schneebium noch. Gehärtete Erde. Jetzt müssen wir nur noch nach oben kommen, irgendwie. Was ist denn das für ein Baum? Pinie. Oh, ist ja mal schön. Mit Pinien könnten wir auch was bauen. Hier unten ist sogar ein Strand, nein, eine Wüste, Oase wahrscheinlich. Das ist ja ein Mega-Berg. Da gehen wir jetzt ganz nach oben. Kann man die wieder rechtsklick machen? Ein Pet-Namen geben. Bunny. Play. Bunny. So, wir haben ein Pet. Ein Pet, ein Pet. Wir haben ein Pet. Yeah. Und ein Dachs will ich auch töten. So, geht das nicht. Kann ich mit denen keinen Schaden. Ich kann den einfach nicht hüten. Ist das auch ein? Ah, jetzt. Yeah. Wir haben einen. Okay, wir verhunden uns nicht. Aber wir können den sicher auswählen jetzt. Ach, komm. Ja. 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 Gut. Ähm, weg. Jetzt wollen wir aber nach oben. Wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts kommen, oder? Dann gehen wir jetzt ein Haus bauen. Das macht doch Minecraft aus. Ein schönes Haus bauen. Das ist doch wahnsinnig spannend. Nicht ganz, aber für mich ist Haus bauen einfach das Kern an einem Element. Und wenn wir ein gutes, schönes, großes Haus haben, dann sind wir auch ein bisschen stolz. Also gehen wir hier nach oben. Hier hat es leider nicht so einen grossen Berg. Ach, das Biom ist halt nicht so schön. Aber es halte ich von der Idee, wenn wir hier irgendwo in der Nähe ein schönes Biom besitzen. Da vorne, oh, solche Biome liebe ich. Die sind aber eher hinterlich. Das wollen wir unbedingt in der Nähe haben. Ein weisser Tiger. Ne, den töten wir jetzt nicht. Ähm. Also hier in der Nähe will ich bleiben. Hier in der Nähe machen wir auch ein Haus. Aber wo? Wo? Schöner Wasserfall, aber der ist mir ein bisschen zu gross. Ich will aber nicht hier sanken. Ich will den Wasserfall nicht wegmachen. Also, die Quelle will ich nicht wegmachen, aber der Wasserfall soll weg. Hier ist Schnee. Hier hat es Blumen. Bromelie. Bromelie. Eigentlich will ich ja so ein Biom am Strand. Also, das ist ein Strand, also ein Strandbiom, so. Aber wir können schon hier bleiben. Dünengras. Was ist denn das? Was ist denn das? Dünen. Okay. Das ist ein Dünenbiom. Da vorne gibt es noch eins mit Gras. Ein ähnliches. Du bist eine falsche Schlange, gibst du eine falsche Schlange. Ja, was ist jetzt? Gibt es auch ein perfektes Biom oder soll ich mir jetzt hier irgendwo ein Haus bauen? Ein Ziegelstein. Hier ist ein Dungeon. Wollen wir in einem Dungeon ein Haus bauen? Und es geht tiefer rein und tiefer rein und tiefer rein und wir haben Eisen gefunden. Den Tisch haben wir nicht mitgenommen. Müssen wir nur einen neuen Tisch bauen. Ah, wir haben ja den Tisch dort unten. Okay, dann bauen wir einen zweiten Tisch halt hier drauf. Und hier machen wir die Öfen hin. Die Öfen. Die Öfen. So, zwei Öfen für den wunderbaren Drago. Und jetzt machen wir. Ähm, da bauen wir das Eisen ab. Und gießen das Eisen ein bisschen. Ähm, kommt schon. Ja, so, endlich. Eisen gießen. Noch mehr Eisen. Sehr schön. So, und jetzt sind wir unten. Und jetzt sind wir unten. Ein Lehmgefäß. Hier nehmen wir nichts raus. Dann legen wir doch, ähm, dann legen wir Ja, das Weizengras. Brauchen wir nicht. So. Gehen wir wieder nach oben. Hier unten ist es zu dunkel und ja, wahrscheinlich auch zu kalt. So weit unter der Erde. Ähm, waren wir schon daneben durchgegangen. Ja. So, denen. Ach, komm, geh weg. Ja. So, denen. Jetzt. So viel besser. Okay, ähm, ähm. Matsch. Bauen wir ein bisschen Matsch noch. So. Dafür die Öfen bitte mitnehmen. Ach, komm. Ähm, so. Also, dann gehen wir nach oben wieder. Verlassen wir diese Dungeon. Haben wir genug Kohle, ja. Nehmen wir nicht mit. Okay. So, denen. Wir gehen irgendwo in einen Wald oder auf eine Ebene. Aber das das nächste Mal. Und ja. Ob wir das nächste Mal in der nächsten Aufnahmesession schon einen schönen Wohnort finden oder nicht, das erfahrt ihr eben in der nächsten Folge. Und dann sehen wir weiter. Bis dann. Dankeschön. Und viel Spass mit den anderen Videos. Dankeschön. Tschüss. Bye. Und fertig. Tschüss. 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 Tschüss.